Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hör gut zu, Kim. Deiner Mom ist was Schlimmes zugestoßen. Sag mir, was los ist, Dad. Traue niemandem. Ich habe in meinem Leben schon vieles gemacht. Und ich war mir immer der Konsequenzen bewusst. Ich muss meine Familie schützen. Was wissen Sie? Ich weiß eines. Alle, die Sie lieben, werden bald tot sein. Was hat für Sie Vorrang, Inspektor? Es ist mein Job, Sie zu verhaften. Für mich hat Vorrang das Einzige zu beschützen, das mir noch geblieben ist. Was hast du vor? Ich mache dem ein Ende. Wenn Sie diesen Weg gehen, wird das LAPD, das FBI, die CIA... Sie alle werden Sie jagen. Sie werden Sie finden. Und Sie aufhalten. Viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Untertitelung des ZDF, 2020